Hallo zusammen, ich bin Aurelia, Geomatikerin im ersten Lehrjahr bei Energiewasser Bern. Heute möchte ich euch einen kleinen Einblick in den Alltag als Geomatiker geben. Kommt doch mal mit! Besonders in diesem Beruf ist die Schule. Du hast nämlich zehn Wochen am Stück Schule in Zürich. Außerdem hast du auch diverse Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Studieren an der Fachhochschule in Moutens oder die Ingenieurschule in Iverdon. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich damit immer zu meinen Ausbildern gehen und sie haben immer ein offenes Ohr für mich. Was speziell bei Energiewasser Bern ist, du darfst in zwei verschiedenen Abteilungen arbeiten. Außerdem darfst du ein Praktikum bei einem Geometerbüro machen. Wir gehen auf Baustellen, um uns selber ein Bild von den neuen Leitungen zu machen, damit wir es später beim Zeichnen nicht so schwierig haben. Hier siehst du einen Graben, in dem eine neue Wasserleitung gebaut wurde. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in den Alltag als Geomatiker gefallen. Wenn ihr interessiert seid, dann schaut doch mal auf unserer Webseite www.ch-jobs vorbei oder auf Justi. Dort findet ihr weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch! Ich wünsche euch deinen Kanal! Das war's für mich! Du hast aber, wenn du hieribo bist! Wir freuen uns, bis zu ihm mit Mönchungen! Du hast doch noch nie besorenen! Schön, dass du dich bist! Und ich wünsche euch gibt es euch! Ich wünsche euch das Geistelnutzen, Ich wünsche euch euch! Ich wünsche euch!